haben sie das gelesen in russland wird jetzt die spitzen unterwäsche verboten das heißt der nächste schlag für die russischen schulen und ja bin ich sicher so russische frauen dürfen in zukunft nur noch unterwäsche von vladimir secret tragen so ist die neue die neue regel so sieht es aus allerdings es gibt auch eine gute nachricht allerdings nur für andrea berg billige lederfummel bleiben weiterhin erlaubt